Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Das bedeutet Magic Bike. Die Magic Bike rockt wieder das Rheintal. Vom 26. bis 29. Mai in Rüdesheim am Rhein. Vier Tage Megaparty. Stunshow. Die geilsten Harleys. Hier seht ihr Bikes, da träumt ihr von. Jede Menge Spaß. Livebands auf drei Bühnen. Mit Kim Wild und Tofrock. Den beinharten Muckern aus dem Werner Kultfilm. Magic Bikes sind einfach geil. Und das Beste zum Schluss. Live-Bengalos überm Rhein. Mein Gott, ist das romantisch. Gönn deinem Bike eine geile Tour. Vom 26. bis 29. Mai. Die Magic Bike 2016 in Rüdesheim.